Rosige Versprechen und das ausgerechnet von den radikal militanten Taliban, während bei uns weiter über Abschiebungen gestritten wird. Im Studio ist Ismail Nouri vor sechs Jahren aus Afghanistan geflüchtet. Er hat Angst um seine Familie dort. Tatort Hotelsacher, die Chefbuchhalterin, hat über zehn Jahre hinweg mehr als vier Millionen Euro abgezweigt und keiner hat's gemerkt. Auf offener Bühne wie im Burgenland prominente Künstler aneinander geraten sind wegen der angeblich schlechten Bezahlung. Überlegungen weiter nach Afghanistan abzuschieben sind nicht nur fehl am Platz, sondern stehen im Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Klare Worte heute also vom Bundespräsidenten. Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen bei der Zippnacht. Diese Überlegungen, die der Bundespräsident da so kritisiert, die gibt's aber bekanntlich in Österreich. Unterdessen passierte heute etwas in Kabul, was viele ratlos zurücklässt. Kabul, Afghanistan. Seit Sonntag in der Hand der Taliban, eine radikal-islamische Terrormiliz, deren erneute Herrschaft mit widersprüchlichen Signalen beginnt. Die Taliban machen rosige Versprechungen. Ich gratuliere dem ganzen Land zu diesem Sieg, der eine Zierde für die Nation ist. Wir hegen keinen Groll gegen irgendjemanden und wir wollen keinen Krieg mehr. Amnestie für Taliban-Gegner, Pressefreiheit im Rahmen der islamischen Werte, Frauenrechte im Rahmen der Scharia. Die Taliban sind bemüht, sich so moderat wie möglich zu geben. Glauben schenkt dem so gut wie niemand. Am Flughafen Kabul gehen deshalb die Evakuierungen weiter, vor allem von Ausländern. Die Taliban wollen nun aber angeblich auch afghanische Zivilisten unbehelligt auf das Gelände lassen. Rund 25 Österreicher sind noch in Afghanistan. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg will sie mit einer deutschen Maschine ausfliegen lassen. Abschiebungen afghanischer Staatsbürger will Schallenberg weiterhin nicht ausschließen. Ich begrüße bei mir im Studio Ismail Nori. Schönen guten Abend. Wunderbar, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, weil es schon bemerkenswert ist, Sie sind vor sechs Jahren, etwas mehr als sechs Jahren, mit 16 geflüchtet aus Afghanistan. Sie sind in Österreich angekommen, haben dann schon gleich mal eine Kochlehre begonnen, auch erfolgreich abgeschlossen. Sie arbeiten heute als Koch im bekannten Neni. Ihre Eltern sind auch auf der Flucht und vorhin haben Sie mir erzählt, dass Ihre Tante, Ihr Onkel gerade eben festgenommen wurde in Kabul. Wie haben Sie das erfahren? Ich habe einen Anruf von meiner kleinen Tante bekommen, dass zwei Tanten, die alles Tolmöcherin bei Nathur gearbeitet haben, die sind festgenommen und der Onkel, dass er auch als Eidhemen, die bei der Europäischen Union gearbeitet haben, die sind auch festgenommen. Und wir wissen nicht, wo sie gerade sind. Also das heißt, Sie haben natürlich noch mehr Verwandte, die zum Glück nicht festgenommen wurden bis jetzt. Sie telefonieren mit Ihnen. Genau. Was erzählen Sie, wie schlimm ist das? Der Lager ist furchtbar. Die Leute reden ums Leben. Es geht nicht, dass sie arm sind oder es geht nicht, dass sie ein schönes Leben aufbauen. Es geht ums Leben. Und die wollen nicht sterben. Und es betrifft jeder, dass er Staatsbürger, ein afghanischer Staatsbürger ist. Und ich bin hier seit sechs Jahren, aber ich habe noch immer Schmerzen, wie die alle Taliban sind, auf einmal abmarschiert. Und natürlich habe ich Angst, dass die kleinen Cousinen von den Taliban weggenommen werden. Und ich habe einen großen Angst, dass sie alle... Aber was genau, weil viele kennen sich da natürlich nicht so gut aus, was genau macht diese Angst aus auch vor den Taliban? Ist es die Scharia, die Sie ja dann schon mal hatten vor 20 Jahren? Die Taliban haben wir ja auch jetzt im Beitrag gehört. Die Taliban geben sich plötzlich versöhnlich. Also sollen Frauenrechte respektiert werden und so weiter. Glaubt man das? Es gibt keinen Respekt, dass sie von den Frauen Respekt haben. Die machen, was sie wollen. Die können auch ein zwölfjähriges Mädchen mitnehmen. Und der Vater sitzt und der Taliban kann einen Kalaschenkopf auf den Kopf nehmen und sagt, das gebe ich meine Tochter und ich gebe eine Tochter. Und der Vater kann nichts machen, wenn der alleine ist und kommt dann mit 20 oder 30 Leuten, die die Tochter wegnehmen. Von dem habe ich sehr Angst. Also jeder hat Angst. Auch der Junge oder die Mädchen, die Frauen, alle haben Angst vor denen. Vor 20 Jahren. Und wir sind auf jeden Fall vor 50 Jahren zurückgegangen. Und wenn sie kommen, die machen alles kaputt. Wollen jetzt alle, die Sie kennen Afghanistan verlassen? Oder sind es eher nur die Jungen? Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass er einer arm ist, dass er ein besseres Leben sucht. Es geht um das Leben. Die wollen nicht sterben. Die wollen in der Freiheit leben. Sie wollen nicht vor den Kleinigkeiten eine totes Strafe bekommen. Sie kennen natürlich viele Afghanen in Österreich, die haben noch nicht Asyl bekommen wie Sie. Die warten noch, haben natürlich jetzt noch umso mehr Angst, wenn sie das alles miterleben müssen. Während die Politik hier in Österreich streitet über weitere Abschiebungen, über mögliche Abschiebezentren, die es da geben soll. Was denken Sie sich darüber? Ich denke darüber, also die Leute, die sich hier engagieren. Und auch klar, jeder hat jetzt ein Handy, das er Facebook hat und Instagram. Die Taliban sehen, die Jungs oder die Mädchen, die hier abgeschüttet werden. Die haben sich so viel engagiert und sagen, okay, du hast bei den europäischen Ländern gelebt und jetzt bist du abgeschoben und jetzt hast du eine Fetischstrafe bekommen. Wenn ich in Afghanistan als Küchenhilfein bei der Europäischen Union gearbeitet habe, damals habe ich eine Fetischstrafe bekommen. Deswegen bin ich auch geflüchtet und die Leute, die sich hier engagiert haben, mit europäischen Leuten gearbeitet haben. Das heißt auf jeden Fall, sie bekommen eine Fetischstrafe 100 Prozent. Herr Nooy, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind und diese Geschichte uns erzählt haben. Sehr gerne. Dankeschön. Dass die Taliban so überraschend schnell vorrücken konnten, das hat auch mit Geld zu tun. Das haben sie nämlich aus dem Drogengeschäft. Ein illegaler, aber wichtiger Wirtschaftszweig in Afghanistan ist der Anbau von Mohn, aus dem dann ja bekanntlich Opium und Heroin hergestellt werden kann. Und hergestellt wird 80 Prozent der weltweiten Opium- und Heroin-Lieferungen kommen aus Afghanistan. Berichtet Vanessa Gruber. Die Mohnpflanze, ein wichtiger Wirtschaftszweig in Afghanistan. Die daraus gewonnenen Drogen spülen Millionen in die Kassen der Taliban. Zwischen 2018 und 2019 soll die Terrororganisation mehr als 400 Millionen Dollar mit dem Drogenhandel verdient haben. Das schätzen die Vereinten Nationen. Aber nicht nur für die Taliban ist der Mohn eine wichtige Einnahmequelle. Es gibt schon seit langem Versuche natürlich den Opiumanbau zu reduzieren. Allerdings ist der Opiumanbau natürlich auch eine wichtige Einnahmequelle für viele Bauern, die hoch verschuldet sind. Schon jetzt lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die Gründe dafür sind zum einen, dass viele gut bezahlte Jobs verloren gegangen sind, weil durch die Verschlechterung der Sicherheitslage viele ausländische Firmen, aber auch NGOs Personal abgebaut haben. Ob die aktuelle politische Lage dazu führt, dass viele Afghaninnen und Afghanen in den Drogenhandel getrieben werden, sei schwer abzuschätzen, aber doch sehr wahrscheinlich. Ums Geld allerdings aus anderen Quellen geht es auch in der folgenden Geschichte. Die Quelle ist hier das weltberühmte Hotel Sacher in Wien. Die Chefbuchhalterin dort hat über zehn Jahre lang mehr als vier Millionen Euro abgezweigt und niemandem ist was aufgefallen. Heute wurde die Frau nicht rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr davon unbedingt. Am Anfang finanziert die Angeklagte mit dem gestohlenen Geld Kleidung und Spielsachen ihres Sohnes, später Partys und Reisen. Zudem ist ihr Bub drogen- und spielsüchtig, geht in den Casinos ein und aus. Als Buchhalterin ist es ihr ein leichtes Geld vom Firmenkonto auf ihr eigenes Konto zu überweisen. Familiäre Probleme mit dem Sohn, Drohungen, also sie war wirklich unter Druck. Das heißt, wir haben wirklich ein überwältigendes Überwiegen von Milderungsgründen. Die Geschäftsführung der Sacher-Gruppe spricht von einem Multi-Organ-Versagen, weder dem Wirtschaftsprüfer noch der Direktion sehr aufgefallen, das Geld fehlt. In zehn Jahren fast 4,1 Millionen Euro. Erst als die Bank Alarm schlägt, fliegt der Fall auf. Die Angeklagte ist reumütig, will das Geld an das Hotel Sacher zurückzahlen. 1.000 Euro im Monat. Corona hat ja viele gesellschaftliche Probleme nur noch verstärkt. So auch die oft prekären Arbeitsbedingungen von Künstlern, Künstlerinnen. Vergangenen Samstag wurde bei der Eröffnungsskala zu 100 Jahre Burgenlands die Debatte über die faire oder eben unfaire Bezahlung von MusikerInnen auf offener Bühne ausgetragen, mit prominenter Begleitung. Beteiligend. Es hätte ein klassischer Festakt werden sollen, doch dann wendet sich der Sänger der Band Karikari an das verdutzte Publikum. Alexander Köck beklagt, dass die Orchestermusiker des Abends nur 30 Euro bekommen würden. Das finde ich in einem Kulturland, Burgenland, bei 100 Jahren Burgenland, bei einem sozialdemokratischen Land, finde ich das beschämend. Und ich finde es besonders beschämend nach Corona. Moderator Alfons Haider, der auch Generalmusikintendant des Burgenlandes ist, fühlte sich angegriffen. Die jungen Musiker, die hier sitzen, sind aus den verschiedenen Konservatorien, die gesponsert sind vom Land und bekommen für solche Auftritte, ich erinnere mich auch, wie ich im Konservatoren war, wieder 30 Euro Reise und auch Verpflegung. Das sind also nicht abgeschlossene Musiker. 30 Euro für einen Auftritt seien zu wenig, meldete sich heute eine Gewerkschaftsorganisation zu Wort. Das Land Burgenland ist um Aufklärung bemüht. Die Musikerinnen seien Studenten zweier Konservatorien und direkt von diesen bezahlt worden. Mit insgesamt rund 120 Euro pro Person für drei Tage Musikaufnahmen, Probe und den Auftritt. Als Aufwandsentschädigung im Rahmen der 100 Jahre Feierlichkeiten, wie man betont. Weniger Geldsorgen haben die noch, um die es jetzt geht. Fußball. Salzburg hat am Abend in der Champions League einen großen Schritt Richtung Gruppenphase gemacht. Mit einem 2 zu 1 Heimsieg über den dänischen Meister Bröndby. Und hier die Highlights der Partie. Nur wenige Augenblicke später hat Salzburg nach diesem Lattenschuss von Benzlimane großes Glück. Das war's von uns. Ich freue mich auf einen Wiedersehen morgen hier. Bis dahin machen Sie es gut, was immer Sie zuvor haben. Wir reden mit nur acht Sekunde. Wir reden mit dem Los .